Das ist Düsseldorf, die Nummer 1 am Rhein. Unser liebenswertes Düsseldorf zählt weltweit zu den Top-Städten mit der höchsten Lebensqualität. Ein Juwel für alle, die hier bereits leben und arbeiten. Ein Magnet für jeden, der ein neues Zuhause sucht oder einfach ankommen möchte. Eine Weltstadt, die sich laufend modernisiert und weiter wächst. Als Wirtschafts- und Wohnstandort mit Perspektive natürlich hochattraktiv für Eigentümer, Kapitalanleger und Unternehmer. Und wir als Familienunternehmen sind seit über 20 Jahren für Sie mittendrin. Wir hören und fühlen den Puls der Region Düsseldorf. Unser Herz schlägt für Düsseldorf und die Umgebung. Und vor allem für unsere Kunden. Denn Herzenssache Kunde bedeutet für uns, Ihnen in allen Immobilienfragen zu helfen, Ihre Wünsche und Träume zu verwirklichen und Ihnen ein verlässlicher Partner zu sein. Wir haben viel Zeit und Effort geschaut, um ein Haus zu suchen, weil es eine perfekt, eine gute Lokation, eine gute Haus, ein gutes Design und eine gute Nachricht. Sehr schöne Leute. Wir schenken Ihnen das, was wir heute alle viel zu wenig haben. Bei uns ist Ihr Anliegen in vertrauensvollen Händen. Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab und halten Sie auf dem Laufenden. Wir nennen das unser Böcker Full-Time Kundenkonzept. Wir sind die Kümmerer mit Immobilienerfahrung. Wir sind an Ihrer Seite, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Firma Böcker ist mir seit 2006 sehr bekannt. Seit dem Zeitpunkt habe ich verschiedene Projekte mit der Firma Böcker Immobilien in Düsseldorf realisiert. Das erste Geschäft seiner Zeit ist noch mit Herrn Böcker gelaufen. Und ich kann sagen, dass ich zu jeder Zeit, egal ob es Kauf oder Verkauf war oder Vermietung, immer sehr kompetent beraten worden bin, sehr realistisch auch beraten worden bin. Die Zusammenarbeit war stets sehr offen, kooperativ, schnell in der Abwicklung. Und ja, ich bin nach zehn Jahren immer noch ein begeisterter Kunde. Immobilien sind verbunden mit emotionalen Entscheidungen. Aus diesem Grund sind Vertrauen und Diskretion die Basis unserer Zusammenarbeit. Das ist der Grundstein unserer Böcker-Philosophie Herzenssache Kunde. Das leben wir und das spüren unsere Kunden auch. Gleichzeitig verstehen wir uns als die Immobilien-Experten mit ausgeprägter Standortkompetenz in Düsseldorf und natürlich der gesamten Umgebung. Wir können Düsseldorf. Wir sind mit Herzblut, Engagement und Leidenschaft Ihr Immobilienpartner. Unser gesamtes Böcker-Team ist gerne für Sie da. Wir freuen uns auf Sie. Wir sind mit Düsseldorf. Untertitelung des ZDF, 2020